Daniel Wirtzabend beim Tauschkonzert. Und man muss wirklich schon sagen, es ist eine der besseren Folgen. Wir haben einige interessante Versionen gehört, die auch künstlerisch was zu bieten hatten. Aber an sich war es dann doch relativ durchwachsen. Frau Stürmer hat einfach nur eins zu eins gecovert. Herr Burani hat völlig versagt. Herr Engler hat wirklich eine tolle Version gemacht. Er hat den Teufel sozusagen ein bisschen so aus sich stimmlich rausgeholt. Er hat es theaterhaft umgesetzt. Wieder mal, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Fand ich eine tolle Nummer. Ja, Angst vom Wirtz selber fand ich gut, dass das genommen wurde, weil es ein älteres Lied ist und nicht dazu dient, die aktuelle Platte zu bewerben. So wie das bisher alle anderen getan haben. Xavier Naidus' Frei-Version war ja eigentlich auch eher eins zu eins gecovert. Was jetzt künstlerisch nicht so toll war, aber er hat auch sehr rockig gesungen. Und da er ja nicht so der Rocksänger ist, sozusagen, und man merkt ja auch so hier und da Schwächen im Gesang, war das dennoch sozusagen künstlerisch eine gewisse Leistung. Und also mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann hatten wir die Prinzen, die haben hier gekammerkt, die obligatorische Herzschmerz-Nummer. Ja, Effektstimmen-Prinzen musste man sie nennen. Also das war eigentlich nicht so toll. Eigentlich haben sie die Nummer eher versaut. Und Frau Katterfeld hat mal wieder mit was Lustigem gepunktet. Und zwar hat sie es wieder geschafft, mit schönen Witz und Ironie die Sache umzusetzen. In ihrem relativ typischen Sound. Das Leck mich am Arsch, beziehungsweise L-M-A-A. Von daher eigentlich ganz guter Abend mit ein paar Schwächen. Aber was mich wirklich angekotzt hat an der ganzen Sache ist dieses Die harten, bösen Wörter. Als ob man im Alltagssprachgebrauch nicht mal hier und da Pisselscheiße zum Kotzen und sowas sagt. Nur weil sozusagen der Großteil der Künstler da es sich nicht traut, diese Wörter in der Öffentlichkeit musikalisch in den Mund zu nehmen. Und der Wirt das eben nicht macht, sondern es halt tut. So was Beknacktes, also es ist lächerlich. Und das zeigt auch mal wieder sozusagen, wie halt die Imagebildung von Künstlern völlig absurder Kokolores ist. Wie zum Beispiel die Frau Katterfeld, die immer die liebe, brave, nette, süße ist. So nach dem Motto, die hat bestimmt noch nie bekackte Scheiße irgendwo gesagt. Oder leck mich am Arsch, hat die bestimmt noch nie gesagt. Und was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war, dass man Herrn Wirtz als den einzigen sogenannten deutschen Grunge-Rocker hingestellt hat. So nach dem Motto, er ist der Einzige in Deutschland, der das macht. Also bei der Masse an Musik, die in Deutschland gemacht wird, auch von vielen unbekannten Amateur-Bands und sowas, dazu behaupten, es gäbe nur Herrn Wirtz, der solche Musik macht. Das ist ein bisschen saudämlich. Und was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, dass man Herrn Wirtz' Musik jetzt als besonders hart hingestellt hat. Okay, Herr Wirtz ist auch schon in der Musik sprachlich und natürlich auch vom Sound schon die härtere Gangart. Wenn wir aber die Masse an Rockmusik nehmen, was da so alles gibt, ist das eigentlich noch recht soft. Wir haben also eigentlich einen relativ klaren Stimmsound. Auch die Instrumentalisierung ist jetzt nicht stark verzerrt oder sowas, im Vergleich zu anderen Sachen. Also es wurde viel Schwachsinn über Rock geredet, da muss man echt sagen. Und also mich nervt auch diese merkwürdige Verpersonalisierung von Informationen, dass man da sozusagen an diesem Abend immer da die einzelnen entsprechenden Leute so hochstilisiert und als was darstellt und da dann auch mal so ein Blödsinn labert. Ich meine, der Rest der Leute, ich meine, eigentlich muss man sagen, bei diesen Tauschkonzerten, die meisten Leute, die da teilnehmen, die kennen sich untereinander überhaupt nicht. Dann heuchelt man sich immer vor so, oh, du machst hier so tolle Musik, oh, dass ich dich bisher nicht gekannt habe, ist ja ganz schlimm. Es ist sowas von beknackt und bescheuert. Und beim Witz hat man es mal wieder ganz deutlich gesehen, wie beknackt und bescheuert diese ganze beknackte Heuchelei ist. Also ich finde es echt zum Kotzen, dieses dumme Gesabbel. Die sollen über die Lieder spielen, runterrasseln, aber dieses dumme Gefasel da immer, also da scheint irgendwie niemand wirklich nachzudenken. Also man hat anscheinend die Gehirne ausgeknipst. Ganz besonders bei dem Abend auf jeden Fall.